Und jetzt wissen wir auch, welche Belohnung wir bekommen haben. Bellix. Meister Assassin. Monitor. Monitor. Montur. Lassen wir den Rat davon erfahren. Das würde ich gerne jetzt wissen. Speichern. Oh, kein Helix. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bishop, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monats. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergen-Siegen des Gitten-Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Okay. Ich muss gleich wieder zerfallen. Aber ist ja kein Problem. Das heißt, wir überbrücken wieder eine Serverbrücke. Sollen wir mal gucken. Äh. Shit. Ich wieder ein Trottel so bin, habe ich natürlich, äh, mich gemutet gehabt, weil ich ja nicht das Gespräch gemacht hatte noch. Ähm. Einerseits haben wir ja gesehen, was wir bekommen haben als Belohnung, was wir als Fragezeichen haben. Und jetzt, wieder durch den Riss, über eine Serverbrücke, auf einen anderen Server. Wo kommen wir raus? Wissen wir nicht. Drei Punkte, das ist super. Fähigkeiten. Schleichern, so. Das kostet zwei abholen, warum auch nicht. Fährenkampf. Was kostet das? Mit der Fähigkeit, einen Auffüllpunkt zu erschaffen, an dem ich Mitschneidbomben habe. Okay. Interessant. Gelbbeutel. Das klingt gut. Sollte ich, ah, hätte ich das drücken müssen. Okay. Verstehe, 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 verstehe. Ach, da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Ein paar. Wo sind wir nun? Ähm. Wir sind nicht in dem heutzutage altrigen. Ja, wir sind da. 1944. Okay, du darfst nicht lange hierbleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich führe dich so gut es geht. Ja, der Eiffelturm. Hätte ich mir schon fast gedacht. Wir sind aber mitten in Paris schon. In heutigen Paris. Schnell, 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 schnell. Wow. Heiß, heiß, heiß. Die spinnen doch. Aber da. Aber da. Da runter. Schnell, bevor der nächste wiederkommt. danger 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 das ist der aufzug okay die spitze des eifens aber sicherer schlimmer geht es immer jetzt reiß ich gleich die leiter ab ja das ist das ist das ist derzeit ja man mit waffen ich habe immer gewartet Let's Zeppelin spielen hier. Da ist es. Weiler. Guckt euch das an. Guckt euch diese geile Aussicht an von uns. Ich feiere das. Ich feiere das wirklich gerade. Soll das die Aktion? Nein, 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 nein. Nicht runter fliegen. Ich hab da keinen Bock drauf. Und tschüss. Oh, wo stehe ich gerade? Wir müssen wieder hin. Oha. Oh da. Sicher. Habe ihn. Gut gemacht. Sag ich feiere das extrem. Äh. Ja, ich bekomm schon wieder eine Chance mit einer Maschinenwährung zu ballern. Was? Was? Deko. Äh. Deco Ich glaube hier ist immer ein Schadern Du kannst gar hinterher fliegen Yes Halen wir uns beim Fix noch Auf, 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 auf Komm, 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 komm Schnell Ich will dich nicht nervös machen, aber das Portal ist äußerst instabil Ist mir egal Verdammt, es ist weg Mach weiter, wir können es wieder öffnen Das reicht, du musst springen Nein Nice Guckt euch das geil an, ey Guckt euch das an Awesome Wie, 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 datter Wirklich hammergeiles Bild Hammergeil Und so Was kommt als nächstes Spannendes? Mit Maschinengewehren Richtig LOL Aber geiler Schachzug Muss ich wirklich sagen Die Geschichte von Frankreich Einmal nach vorne verschieben Dann wieder nach hinten Genial Wirklich genial Wirklich genial Wo kommt es als nächstes? Wo kommt das nächste Teil von Assassin's Creed? Das ist immer die Frage Die Geschichte von Frankreich